Die DVD Drehen 1 von RC Machines und der Seminarfabrik bietet einen Überblick über die Komponenten von Drehmaschinen und deren Einsatzmöglichkeiten. Ein Schwerpunkt der DVD befasst sich damit, eine Drehmaschine vom Auslieferungszustand so herzurichten, dass hervorragende Drehergebnisse damit erzielt werden können. Außerdem wird das Zubehör von Drehmaschinen ausführlich und nachvollziehbar erklärt, zum Beispiel Drehstähle, Stahlhalter und vieles mehr. Die DVD Drehen 1 ist eine sinnvolle Hilfe, um eine Drehmaschine auf ihren Einsatz vorzubereiten. Grundlagen des Drehens finden Sie auf der DVD Drehen 2. Seminarfabrik – Seminare mit Charakter. Drehmaschinen 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 Drehmaschinen